Was kann man mit der Bibel schon erleben, mag einer sagen. Die ist viel zu alt, vor mehr als 2000 Jahren geschrieben. Doch für jeden, der sich damit beschäftigt, wird sie in irgendeiner Form lebendig. Denn wer mit der Bibel zu tun hat, der bekommt es automatisch mit demjenigen zu tun, um dessen Willen sie geschrieben wurde. Mit der Bibel erlebt, heißt also letztlich mit Gott erlebt. Ich bin ihm begegnet. Davon berichtet Ruth Heil, Mutter von elf Kindern, Autorin zahlreicher Bücher und engagiert in Vortrags- und Seelsorgearbeit. Als ich mein Leben Jesus anvertraut hatte, ich war damals noch ein Kind, gab mir mein Vater folgenden Rat. Schreibe dir die Freundlichkeiten Gottes auf. Immer, wenn du ihn um etwas Bestimmtes bittest, vermerke es dir. Und wenn er es dir dann gibt, dann vergiss nicht, ihm dafür zu danken. Und wenn du erlebt hast, wie er dir durch eine schwere Situation durchgeholfen hat, schreibe es auf. Wir Menschen sind so vergesslich. Das Jammern schaffen wir viel besser als das Danken. Und wenn es uns schlecht geht, verlieren wir oft die Fähigkeit, uns an das Gute zu erinnern. Deshalb schreibe alles auf in ein Lob- und Dankbüchlein. Das soll dir ein ständiger Begleiter sein. Dieses Büchlein habe ich aufgeschlagen, als ich die Geschichten dieses Buches niederschrieb. Dabei kam vieles wieder in meine Erinnerung, was ich längst vergessen hatte. Und während ich es las, stieg aus meiner Seele oft ein großer Jubel auf zu Gott. Wie groß bist du, sang es in mir. Wie groß, Herr, dass du das Bitten deiner Kinder hörst. Du gewaltiger Schöpfer, Himmels und der Erde, hörst auf deine Schöpfung. Und noch mehr, du liebst uns. Vergiss nicht, das muss uns in dieser schnelllebigen Zeit immer neu zugerufen werden. Leider vergessen wir oft das Gute, während uns das Böse lange im Gedächtnis bleibt. Es ereignete sich im letzten Weltkrieg. Einige junge Soldaten waren gefangen genommen worden und miserabel versorgt. Keiner von ihnen wusste, ob er je die Heimat wiedersehen würde. Einer der Soldaten hatte über seiner Schlafstelle einen kleinen, zerrissenen Zettel angebracht. Darauf stand, vergiss nicht. Die anderen machten sich ihre Gedanken darüber. Sicher will er all das Schlimme, das sie uns hier angetan haben, nicht vergessen, meinte der eine. Der wird sich alles merken, um es ihnen irgendwie einmal heimzuzahlen, spekulierte ein anderer. Schließlich hatte einer den Mut, ihn zu fragen. Du wirkst gar nicht so voll Groll. Eher machst du fast einen zufriedenen Eindruck. Was heißt das? Vergiss nicht. Hält dich der Hass am Leben? Der Fragende erhielt eine verblüffende Antwort. Vergiss nicht, erklärte ihm der Betroffene, erinnert mich daran, Gott für all das Gute, das er in meinem Leben gegeben hat, zu danken. Da waren meine Eltern, die mich liebten und mir den Weg zu Gott zeigten. Es gab Menschen, die mir wohl wollten. Und nicht zuletzt habe ich die Zuversicht, dass Gott in mitten all dieser Not täglich bei mir ist. Das will ich niemals vergessen. Wenn Gott uns vergibt, vergisst er all unsere Schuld, als habe es sie nie gegeben. Auch wir sollten diese Vergebung üben und wenn wir es selbst nicht schaffen, die Kraft dazu von ihm erbitten. Vergebung befreit. Bitterkeit schadet uns nur selbst und macht uns krank. Am meisten jedoch sollten wir lernen, all das Gute, das Gott uns getan hat, nicht zu vergessen. Wir dürfen regelrecht unsere Seele zu diesem Nicht-Vergessen auffordern, wie es der Schreiber des 103. Psalms praktiziert. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Musik Musik Ein Mann lernt beten. Das Telefon klingelte. Ich meldete mich. Eine verzweifelte Frauenstimme am anderen Ende der Leitung fragte, ist das Frau Heil? Noch bevor ich richtig Ja sagen konnte, fing die Frau an zu weinen. Unter Schluchzen berichtete sie mir. Wir haben all die Jahre eine gute Ehe geführt und uns immer gut verstanden, aber in der letzten Zeit hat sich mein Mann sehr verändert. Manchmal schreit er mich sogar an. Ich dachte immer, er wäre nur einfach überarbeitet. Aber seit heute, wieder unterbrach sie sich mit Weinen, weiß ich, warum er so anders ist. Er hat eine Freundin. Ich habe einen Brief in seiner Jackentasche gefunden. Sie weinte herzzerreißend. Und dabei habe ich meinen Mann so gern. Trotzdem hoffte ich mit ihr. Er hatte der Mann nichts mit uns zu tun haben wollen. Aber nun suchte er Kontakt. Er war über sich selbst und diese Verirrung, wie er es bezeichnete, sehr erschüttert. Seine tiefe Dankbarkeit drückte er immer wieder neu aus. Und er war sehr froh, dass wir seine Frau in dieser schweren Zeit begleitet hatten. Ich konnte nicht anders. Es musste einfach sein, dass ich ihm von Jesus Christus sagte, der seine Frau in dieser Zeit festgehalten hatte. Wir waren nur Handlanger, erklärte ich ihm. Aber von Gott wollte der Mann nun absolut nichts wissen. Lass mich mit diesem frommen Kram in Ruhe, bat er mich. Ansonsten kann ich dich gut leiden. Ein Glück, dass man sich mit deinem Mann wenigstens vernünftig unterhalten kann. Diese beiden wurden uns zu lieben Freunden. Selbst als wir umgezogen waren, besuchten sie uns gelegentlich. So standen sie eines Tages wieder vor der Tür. Es war gerade Essenszeit und ich lud sie ein, mit uns zu Tisch zu kommen. Gerne, sagte der Mann fröhlich. Aber zuerst lass uns beten. Darf ich das tun? Ach Jens, gab ich zur Antwort. Scherze doch nicht über so etwas. Für mich ist Jesus zu heilig. Es tut mir weh, wenn du so daherredest. Aber dann verstehst du mich falsch, Ruth, meinte er ernst. Er ist jetzt auch mein Herr. Daraufhin faltete er die Hände und betete. Vater, ich meinte früher so unendlich klug zu sein. Und doch erkannte ich dich nicht. Ich meinte zu leben, aber wusste doch gar nicht, was Leben wirklich war. Nun habe ich dich gefunden und bin so froh. Dieser studierte Mann betete ein solch kindliches Gebet, dass mir die Tränen aus den Augen rannen. Er sprach mit Gott so, wie ein Kind mit seinem geliebten Vater spricht. Ja, wahrhaftig, er hatte durch Jesus zum Vater gefunden und konnte nun aber, lieber Vater, sagen. Amen. 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 Nehmen ist selig. Oder ist ein Deo-Stift notwendig? Da mein Mann krank geworden war, mussten wir für eine bestimmte Zeit von einem Drittel, später von der Hälfte seines ursprünglichen Gehaltes leben. Dies war nicht ganz einfach, denn es waren allerhand Ausgaben zu bestreiten. Dazu kamen unsere vier Kinder und wir hatten viel Besuch. Menschen holten sich Rat, andere suchten ein wenig Geborgenheit in unserer Familie, wieder andere wollten während der Sommerferien einfach einmal bei uns hereinschauen. Ich habe Besuch wirklich gern, aber dieses Mal waren wir von dem vielen Besuch ziemlich erschöpft. Was uns jedoch noch mehr bedrückte war, dass wir eigentlich kein Geld mehr zur Verfügung hatten, um Lebensmittel einzukaufen. Und der Monat war erst zur Hälfte herum. Morgens hatte ich im Bad festgestellt, dass der Deo-Stift leer geworden war. Da wir einen heißen Sommer hatten, war es eigentlich kein Luxus, sich einen Deo-Stift zu leisten. Aber Lebensmittel sind doch notwendiger, ging es mir durch den Kopf. Ich hielt das leere Behältnis vor mich hin und sagte, Herr, es ist leer. Du weißt, was für mich nötig ist. Kurze Zeit später klingelte es an der Haustür. Freunde waren zu einem Ausflug unterwegs. Lilo kam fröhlich herein und drückte mir ein kleines Päckchen in die Hand. Preis sei Jesus, sagte ich mit bewegtem Herzen. Sie schaute mich verständnislos an. Ist bei dir alles in Ordnung, fragte sie. Und ob, entgegnete ich. Gott ist wunderbar. Ich weiß, was in deinem Päckchen ist. Ach nein, entgegnete sie verlegen. Es ist nichts Besonderes. Wir hatten keine Zeit, etwas zu besorgen. Da nahm ich das da. Sie zeigte dabei auf das Päckchen aus dem Schrank. Das kann man bei dem heißen Wetter immer gebrauchen. Ich packte ihren Deostift aus und erzählte ihr davon, dass meiner morgens leer geworden war. Sie freute sich von Herzen mit, dass sie das Richtige gebracht hatte. Doch immer noch fehlten uns die Lebensmittel. Warum erfüllte Gott einen Wunsch, der eigentlich gar nicht so wichtig war und gab uns nicht, was wir zum Leben viel dringender brauchten. Wir wollten ihm vertrauen, dass er alle Dinge wusste. Wenn ihm schon mein Deo nicht gleichgültig war, dann kannte er auch unseren anderen Bedarf. Wir dankten ihm, dass er unser Vater war und er für seine Kinder sorgen würde. Es war kurze Zeit später. Unsere Freunde hatten sich schon wieder auf den Weg gemacht. Da klingelte es erneut. Eine alte Dame stand vor der Tür. Ich kannte sie nur flüchtig. Wir hatten uns einmal im Wartezimmer beim Arzt unterhalten über die Art, wie man mit Kindern über Gott reden kann. Frau Heil, begann sie zaghaft, mir ist heute etwas Eigenartiges passiert. Ich bin zwar schon alt, aber verwirrt bin ich nicht. Bitte glauben Sie mir. Ich ging zur Bank, um Geld zu holen. Da hieß es in meinem Herzen, nimm das Geld, geh zum Lebensmittelgeschäft und kaufe für Familie Heil ein. Sie unterbrach sich. Sie glauben mir doch hoffentlich, mir ist so etwas in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Ich kaufte also ein und hier bin ich, um es Ihnen zu bringen. Mit zwei Tüten schwer beladen war sie auf dem Fahrrad zu unserem Haus gefahren. In den Tüten befanden sich Reis, Nudeln, Butter, Zucker, Mehl, lauter Dinge, die man zum täglichen Leben braucht, sogar Schokolade. Ich war richtig beschämt. Diese Frau hatte sicher nur eine kleine Rente und sie beschenkte uns auf großartige Weise. Tief bewegt erzählte ich ihr, wie ich Gott gebeten hatte, uns das Nötigste zu geben. Durch sie hat der Herr mich erhört, berichtete ich ihr mit dankbarem Herzen. Sie selbst aber war noch mehr berührt. Dann war es Gottes Stimme, der ich gehorcht habe. So etwas ist mir noch nie vorgekommen. Nun war ich beschenkt mit Lebensmitteln für mehrere Tage und sie war beschenkt mit einem überglücklichen Herzen. Jetzt gewann das Wort Gottes Geben ist seliger als Nehmen neu für mich an Bedeutung. Ja, wirklich, diese Frau war seliger als ich, aber ich war auch selig. Wenn Geben seliger ist als Nehmen, so bedeutet das, dass auch das Nehmen selig ist. Nun hatte ich verstanden. Kletterpartie Paulus spricht im Römerbrief einen eigenartigen Satz aus. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. In dieser Geschichte will ich erzählen, wie ich diesen Bibelfers begriffen habe. Wieder einmal erwarteten wir Besuch. Aber er war kein Fremder. Ein bisschen gehörte er zu unserer Familie, weil er unser Freund war. Wie freuten wir uns auf unseren holländischen Gast, der von seinen vielen Reisen nach Ost und West immer herrliche Erzählungen mitbrachte. Das stärkte unseren Glauben und wir wussten, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Bei ihm sind nicht nur die großen Dinge unseres Lebens wichtig, sondern auch die alltäglichen. Es klingelte. Das musste er sein. Ich lief zur Tür, aber da stand nicht nur der fliegende Holländer, wie wir ihn im Scherz oft nannten, sondern noch ein zweiter Mann vor der Tür. Als er meinen erstaunten Gesichtsausdruck sah, lachte er. Heute habe ich mich verdoppelt. Wir sind zu zweit gekommen. Auf diese Weise hast du die Chance, möglicherweise gleich zwei Engel zu beherbergen. Wir aßen miteinander, beteten und freuten uns an den Wohltaten Gottes. Dann verabschiedeten sie sich mit den Worten, morgen haben wir hier in der Gegend noch zu tun, übermorgen kommen wir dann noch einmal bei euch vorbei, bevor wir weiterziehen. Ihr seid uns herzlich willkommen, ließen wir sie wissen. Ein neuer Sommertag hatte begonnen. In vielerlei der Pflichten war der Morgen wieder viel zu schnell herumgegangen. Es war Mittagzeit und ich suchte die Zutaten fürs Essen zusammen. Unsere Kleinste hatte gerade laufen gelernt. Sie war darin noch nicht ganz sicher, aber sie übte mit großer Hingabe und freute sich an dieser Neuentdeckung. Die Fenster waren weit geöffnet und die Sonne schien warm herein. Bald werde ich beim Öffnen der Fenster vorsichtiger sein müssen, ging es mir durch den Kopf. Die Kleine klettert viel herum, aber noch ist keine Gefahr. Mit diesen Gedanken begab ich mich in die Kochküche und begann mit der Zubereitung des Mittagessens. Nur wenige Minuten waren vergangen, als ich innerlich ständig die Mahnung verspürte, nach dem Kind zu sehen. Bin ich denn so ein ängstlicher Mensch? Schalte ich mich selbst. Eben habe ich doch noch gerade nach ihr geschaut. Was soll schon sein? Sie wird schon schreien, wenn etwas nicht stimmt. Aber all mein inneres Argumentieren half nichts. Es war, als würde ich mit Gewalt aus der Kochküche in die Wohnküche gezogen. Was ich da sah, ließ fast mein Herz aussetzen. Die Kleine hatte, ohne dass ich etwas gehört hätte, den Stuhl zum Fenster gerückt. Auf ihn hatte sie einen kleinen Hocker gestellt. Schon dies war ein Meisterwerk für so ein kleines Menschenkind. Aber das war nicht alles. Denn sie hatte es offensichtlich geschafft, über dieses wackelige Gestell das offene Fenster zu erreichen. Als ich hinzu kam, war sie mit Händen, Kopf und Oberkörper schon auf dem äußeren Fenstersims angelangt. Jeder, der sich ein wenig in der Anatomie auskennt, weiß, dass der kindliche Kopf wesentlich größer und schwerer im Verhältnis zum Körper ist als der des Erwachsenen. Dazu hat ein Kleinkind noch kein so gut ausgeprägtes Gleichgewichtsempfinden wie ein ausgewachsener Mensch. Die Gefahr, dass das Kind aus dem Fenster fallen könnte, war ungemein groß. Hinter dem Fenstersims ging es mehrere Meter in die Tiefe. Diese schreckliche Gewissheit durchzuckte meine Gedanken. So schnell ich konnte, rannte ich zum Fenster. Ich packte den Fuß des Kindes mit der einen Hand und umfasste die Hüften mit der anderen. Langsam zog ich das Kind wieder ins Zimmer. Mein Herz pochte laut. Dann sank ich mit dem Kind in den Armen auf einem Stuhl nieder. Herr, betete ich voll Dankbarkeit. Danke, dass du uns unser Kind noch einmal geschenkt hast. Der Tag ging zu Ende und ein neuer begann. Die beiden Holländer wollten heute wiederkommen. Wir waren gespannt, was sie mit Gott erlebt hatten. Was war gestern bei euch los? fragte der eine höchst interessiert schon an der Haustür. Gestern? Ich überlegte. Um welche Zeit denn, wollte ich wissen? Um die Mittagszeit, ja. Es muss gerade Mittag gewesen sein, antwortete er mit Nachdruck. Aber wie kannst du das denn wissen, äußerte ich erstaunt. Niemand wusste von dem Geschehen, außer meinem Mann und unseren Kindern. Wirklich niemand? Ich berichtete von der Bewahrung unseres Kindes und wie ich im letzten Moment aus der Kochküche in die Wohnküche gebracht worden war. Unser Freund erzählte nun, wir waren gestern gerade unterwegs, als ich sehr deutlich an euch erinnert wurde. Es war so eindrücklich, dass ich für euch beten musste. Ich hatte aber keine Ahnung, wofür ich beten sollte, doch ich spürte, dass jemand von euch in großer Gefahr war. So flehte ich zum Herrn für euch. Nach einiger Zeit ließ das Drängen, für euch zu beten, nach. Ich wusste, dass der Herr durchgeholfen hatte. Ist es nicht wunderbar, dass Gott Menschen durch seinen Heiligen Geist erinnert, für andere zu beten, die in Not sind? Und ist es nicht noch wunderbarer, dass Gott dann wiederum das Gebet dieses Menschen erhört, um einem anderen aus der Not herauszuhelfen oder ihn zu bewahren? Mir ist eines dabei klar geworden. Es ist eben nicht egal, ob wir beten oder nicht. Beten bewegt den Arm Gottes. Untertitelung des ZDF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF Oh weia, da muss ich aber nachzählen. Kinder können sehr süß sein und manchmal sagt man ja zu ihnen, du kleiner Engel. Aber sie sind natürlich keine Engel. Die Engel Gottes aber sind um die Kinder. Kinder haben tatsächlich ganz besondere Engel. Jesus sagt uns von diesen Engeln im Matthäusevangelium, dass diese Engel alle Zeit das Angesicht seines Vaters sehen. Ruth, sagte Hans-Joachim eines Morgens zu mir, da ist eine Einladung von einer Bibelschule gekommen. Jemand von Family Life Mission soll einige Unterrichtsstunden über Ehe, Familie und Kommunikation halten. Ich denke, du wärst die geeignete Person dafür. Ich, antwortete ich fragend, ausgerechnet ich? Es bereitet mir zwar Freude, über diese Themen zu sprechen, aber was wird in dieser Zeit aus den Kindern? Ich war noch nie länger als einen halben Tag von ihnen weg. Die Großen kommen sicher zurecht, aber die Kleinen? Wir werden schon mal drei Tage ohne dich auskommen, du wirst sehen, beruhigte mich mein Mann. Außerdem ist Elisabeth da und wird für uns sorgen. Schweren Herzens sagte ich zu. Der Tag der Abreise kam. Ich packte im oberen Stockwerk meine Kleider zusammen. Die beiden Kleinen spielten nebenan im Zimmer. Wir gehen jetzt nach unten, informierte mich die Größere der beiden. Das dürft ihr gerne, rief ich zurück, aber es ist niemand unten. Papa ist zur Post gefahren. Das macht gar nichts, antwortete da zu meinem Erstaunen, mein sonst so ängstliches Kind. Wir sind nicht allein. Mein Engel ist ja bei mir. Meiner auch, echote da unser kleines Mädchen. Und dann ist da auch noch einer, der bei dir oben bleibt, beruhigte mich nun die Größere. Ach, fügte sie hinzu, und der Herr Jesus ist auch noch da. Sie machte einen Moment Pause. Oh weia, sagte sie dann fröhlich. Da muss ich aber mal nachzählen, wie viele im Haus sind. Und dann begann sie zu zählen. Diese Worte meines Kindes schenkten mir im Herzen tiefen Frieden. Ich erkannte, dass ich durch mein Zuhausebleiben und keines von ihnen bewahren konnte. Das durfte ich getrost den anderen, die zu Hause blieben, und den Engeln, die Gott meinen Kindern zur Seite gestellt hatte, überlassen. In unserer Gemeinde hatten wir unter den Jugendlichen einen Aufbruch zum Glauben erlebt. Es war eine Freude zu sehen, wie in dieser Zeit der Drogen und des Alkohols junge Menschen von Sünde und Gebundenheit frei wurden. Für uns als Familie stand ein Umzug bevor. Aber wir dürfen euch doch weiterhin besuchen, vergewisserten sich die Jugendlichen. Bitte haltet doch Freizeiten für uns. Wir haben jetzt zwar nicht mehr so viel Platz im Haus wie vorher, gaben wir zu bedenken, aber ihr seid herzlich willkommen. Der Sommer kam. Wir hatten ein Wochenende mit den jungen Leuten geplant. Sonntags sollten sie alle im Gottesdienst mitwirken mit Liedern und Zeugnissen. Deshalb wollten sie schon samstags mittags anreisen. Auf einer nahegelegenen Wiese bauten sie ihre Zelte auf. Um die Verpflegung braucht ihr euch nicht zu kümmern, hatten sie uns mitgeteilt. Die bringen wir selbst mit. Im Bach kühlten sie in Behältern Würste, Suppe und Butter, sodass sie nicht einmal unseren Kühlschrank in Anspruch nehmen mussten. Sie waren stolz darauf, selbst Versorger zu sein und teilten alles Essbare miteinander. Allerdings hatten sie vergessen, jemanden zu bestimmen, der für die Einteilung der Lebensmittel zuständig war. Es war Abend geworden. Die Äste knackten im Lagerfeuer und gaben herrliche Wärme ab. Während sie in der Glut zusammensanken, saßen wir um das Feuer, rösteten Würste und erzählten einander, was Gott in unserem Leben gewirkt hatte. Mein Mann und ich waren bewegt davon, mit welcher Freude die jungen Menschen Jesus nachfolgten. Es war spät, als wir schließlich auseinander gingen. Deshalb staunten wir nicht schlecht, als am Sonntagmorgen schon um 8 Uhr die Hausglocke läutete. Drunten stand einer der jungen Leute. Keine Angst, sagte er, als er mein besorgtes Gesicht sah. Es ist nichts passiert. Na ja, setzte er dann hinzu, wie man es nimmt. Wir haben nichts mehr zu essen. Als wir heute Morgen frühstücken wollten, da war kein Krümelbrot oder Kuchen mehr da. Uns ist das echt peinlich, aber wir haben solch einen Hunger. Das hängt bestimmt mit der guten frischen Luft zusammen. Mich haben sie nun hergeschickt, um zu fragen, ob ihr vielleicht noch was für uns habt. Ich hatte zwar auch nicht allzu viel im Haus, auf jeden Fall nicht genug für 20 Menschen. Aber was wir hatten, wollten wir teilen. Deshalb schickte ich den Jungen wieder zum Zeltplatz mit dem Hinweis, bring einfach alle hierher. Ihr könnt bei uns frühstücken. Im unteren Stockwerk des Hauses befanden sich leere Räume, die wir bei Bedarf nutzen durften. Dort standen auch Tische und Bänke. Das alles richteten wir im Eiltempo zu Frühstückstischen her. Eine Freundin war gerade zu Besuch. Sie half mir sehr lieb dabei. Marmelade haben wir ausreichend da, ging es durch meinen Kopf. Die Butter wird wohl nicht ganz reichen. Und Brot? Nun, das wird sehr kritisch werden. Wir schneiden alles Brot auf und stellen es auf den Tisch, bedeutete ich meiner Freundin. Während ich in Eile die Sachen zusammenrichtete und Kaffee kochte, schnitt sie das Brot und richtete es in Körbchen. Ich wunderte mich, warum sie so oft ins untere Stockwerk lief. So viel Brot hatten wir doch gar nicht. Schließlich hatte die ganze fröhliche Schar Platz genommen. Wir dankten dem Herrn für das Essen und segneten es. In meinem Herzen aber hatte ich die spezielle Bitte an den Herrn, alle mögen doch satt werden. Ich wünschte allen einen guten Appetit. Hilfe! Und ging dann nach oben, um unsere Kleinen anzuziehen und für den Gottesdienst fertig zu machen. Bald kamen die ersten nach oben, um das Geschirr zu spülen. Seid ihr satt geworden? fragte ich mit bangem Herzen. Und ab, antwortete Theo. Schau, in meinem Brotkorb ist noch genug übrig. Aber ihr habt ja kaum etwas gegessen, sagte ich. Da merkt man, dass du nicht dabei warst, antwortete er lachend. Frische Luft macht hungrig. Aber jetzt sind wir wirklich satt. Sie gingen zurück zu den Zelten, um die Liederhefte für den Gottesdienst zu holen. Während wir alles wegräumten, fing ich an zu staunen. Es war noch jede Menge übrig geblieben. Wie viele Körbchen hast du denn mit dem Brot gefüllt? fragte ich erstaunt meine Freundin. Eine ganze Menge, du siehst es doch, antwortete sie mir. Aber so viel Brot war ja doch gar nicht da, gab ich ihr zu verstehen. Na aber sicher, ich habe es doch selbst aufgeschnitten, sagte sie. Dann hielt sie inne, besann sich, und fuhr mit Erstaunen in der Stimme fort. Aber wir hatten ja nur ein einziges angeschnittenes Brot. Du hast vielleicht nur drei Stück Brot in jedes Körbchen gelegt, wollte ich erklärend helfen. Aber nein, sagte sie fast ärgerlich. Frag doch die anderen, die haben nämlich ganz schön beim Frühstück zugelangt. Da erst wurde uns bewusst, dass Gott bei uns eine Vermehrung des Brotes gewirkt hatte. Alle waren satt geworden und es waren mehr als 20 Leute und es war noch übrig geblieben. Gott gibt überreich. Am Nachmittag bekamen wir überraschend Besuch von lieben Freunden. Als kleine Freude hatten sie uns einen Leib selbstgebackenen Brotes mitgebracht. Musik 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 Amen. Mein Afrika Im Gegensatz zu meinem Mann lernte ich den Herrn Jesus schon in meiner Kindheit kennen. Als ich schließlich konfirmiert wurde, war dies ein großer, froher Tag für mich. Ich wollte später unbedingt in die Mission gehen. Für mich war klar, dass es einmal Afrika sein würde. Ich war nun richtig gespannt, welchen Bibelfers der Pfarrer für mich ausgewählt hätte. Insgeheim wünschte ich mir den Sendungsbefehl Jesu, Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Aber es musste nicht unbedingt dieser sein. Ebenso gefallen hätte mir, lobe den Herrn meine Seele, oder auch bittet, so wird euch gegeben. Auf jeden Fall sollte es etwas sein, wo man irgendwie in Aktion treten könnte. Bitten, beten, loben oder auch gehen. Als der Pfarrer schließlich bei der Einsegnung meinen Vers vorlas, war ich tief enttäuscht. Nein, dachte ich in meinem Herzen, das muss ein Irrtum sein. Dieser Pfarrer ist vielleicht nicht so richtig gläubig, sonst wäre er mehr vom Geist Gottes geleitet gewesen. Welch eine Überheblichkeit von mir. Als ich nach Hause kam, beschloss ich, den gerahmten Vers nicht aufzuhängen. Ich legte ihn in meinen Nachttisch. Dieser Vers war sicherlich ein Irrtum. Er hieß nämlich, der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Harren? Das war mir viel zu langweilig und zu altmodisch. Das hieß doch so viel wie abwarten, in Ruhestellung sein, inaktiv, langweilig da sitzen. Nein, das wollte ich nicht. Nach Gott fragen, na? Das ging gerade noch, denn ich wollte wissen, was er mit mir vorhat. Viele Jahre vergingen. Zu meiner großen Freude hatte mein Verlobter und späterer Ehemann den gleichen Wunsch wie ich. Er wollte einmal in die Mission gehen, und zwar nach Afrika. Ich jubelte darüber, wie Gott uns zusammengeführt und uns sogar eine gemeinsame Schau für die Zukunft gegeben hatte. Die Jahre verstrichen. Mein Mann beendete sein Theologiestudium und ging ins Pfarramt. Ich war inzwischen Krankenschwester geworden. Wir freuten uns am Dienst in der Kirche, aber in unserem Herzen war immer noch Afrika das eigentliche Ziel. Doch dann kam vieles anders. Durch Krankheit bedingt wurde Afrika unmöglich. Wir waren tropenuntauglich geworden. Die Krankheit führte dazu, dass mein Mann den Dienst nicht mehr ausüben konnte, sondern in den vorzeitigen Ruhestand gehen musste. Hatten wir beide Gott missverstanden? War es nur ein Wunschtraum von uns gewesen? Gelegentlich fiel es mir sehr schwer zu verstehen, wie Gott uns geführt hatte. Eines Tages geriet mir wieder mein Konfirmationsvers in die Hände. Ich hatte ihn aus meinem Gedächtnis zu löschen versucht. Als ich ihn jetzt durchlas, gewann er eine ganz neue Bedeutung für mich. Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt. Das konnte ich plötzlich viel besser verstehen. Es ging nicht darum, ob mein Wunsch erfüllt wurde, sondern darum, dass Gottes Plan für mein Leben geschah. Ich merkte, dass das Harren manchmal viel schwerer ist als das Gehen, das Abwarten schwerer als das Handeln. Und ich beschloss neu, Gott einfach zu vertrauen, dass er es richtig machen würde. Im Fragen meiner Seele nach ihm würde es irgendwann eine Antwort geben. Das wusste ich. Mit 17 Jahren hatte ich für fast ein Jahr in der Familie von Walter Trobisch mitgeholfen. Diese Zeit war mir zum großen Gewinn geworden. Nicht nur, dass ich mehr über Afrika erfuhr, die Familie war für elf Jahre dort gewesen, sondern ich wurde auch mit Eheberatung vertraut. Außerdem lernte ich dort damals meinen späteren Mann kennen, der als Student bei ihnen ein- und ausging. In der Zeit nun, in der mein Hans-Joachim krank geworden war, starb eine Mitarbeiterin von Walter Trobisch. Sie hatte recht selbstständig für ihn gearbeitet und hinterließ nun eine große Lücke. Könntest du bitte einen kleinen Teil ihrer Arbeit übernehmen, bat Walter eines Tages nun meinen Mann. So kam es, dass im Laufe der Zeit die ganze Afrika-Korrespondenz in Englisch und Französisch auf dem Schreibtisch meines Mannes landete. Er arbeitete sich ein und es bereitete ihm tiefe Freude, auf diese Weise etwas für Gott tun zu dürfen. Ein heller Sommermorgen war angebrochen, trotzdem war es gerade an diesem Morgen recht dunkel in meinem Herzen. Warum hatte Gott uns so ganz anders geführt, als wir es uns vorgestellt hatten? Warum waren wir in Deutschland und nicht in Afrika? Warum saß mein Mann am Schreibtisch und predigte nicht den Eingeborenen? Ich fand darauf keine Antwort. Doch der Alltag musste trotzdem weitergehen. Mein Mann war heute nicht zu Hause, deshalb wollte ich in sein Büro ein wenig Ordnung bringen, wollte putzen und abstauben. Schließlich blieb ich vor dem Schreibtisch stehen. Der sollte auch mal wieder abgestaubt werden. Aber wie? Er lag voll mit Luftpostbriefen. Und während mein Blick über den belagerten Schreibtisch ging, war es, als würde eine Decke von meinen Augen genommen. Der ganze Schreibtisch lag voll mit afrikanischer Post. Jetzt wurde mir klar, das ist dein Afrika. Ich hörte diesen Satz so laut in mir, dass ich das Ausrufezeichen dahinter wahrnahm. Eine unbeschreibliche Freude erfasste mich. Wäre das Büro nicht so eng gewesen, ich hätte mit dem Schrubberstiel getanzt, wie die Afrikaner tanzen, wenn sie sich freuen. Da war mein Afrika von mir verkannt, vor meinen Augen verborgen und doch waren wir mittendrin. Warten, aushalten, unserem Gottvertrauen schenken, auch wenn man lange nichts davon in Erfüllung gehen sieht, das war also das Geheimnis meines Konfirmationsverses. Ja, der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Geheimnis Amen. Öl im Krug und Benzin im Tank. Unfassbar diese Geschichte mit der Witwe, von der wir im Buch der Könige lesen, dass das Mehl im Topf und das Öl im Krug nicht ausgingen. Ob diese Witwe manchmal sorgenvoll in das Vorratsgefäß hineinschaute? Oder ob sie im kindlichen Glauben täglich neu vertraute, dass der Herr für sie sorgen würde? Viele moderne Menschen zweifeln an der Wahrheit der biblischen Geschichten. Die wurden nur aufgeschrieben, dass die Menschen Gott besser vertrauen würden. Aber Gott braucht keine erfundenen Geschichten, damit Menschen Vertrauen lernen. Er lehrt uns Vertrauen, indem er sich um die kleinen und großen Belange unseres Lebens kümmert, wie damals bei der Witwe. Eine liebe Bekannte lud mich zu der Ausstellung ihrer Bilder nach Stuttgart ein. Ich hatte schon lange keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt. Da sie schon durch viele schwere Lebensführungen gegangen war, wollte ich ihr mit meinem Besuch eine Freude bereiten. Ich hatte die vier Kleinen dabei und sie genossen es als Ausflug. Doch die fast 200 Kilometer zogen sich lange hin. Allmählich wurden die Kinder unruhig. Aber auch ich wurde unruhig, denn ich merkte, dass die Tankanzeige allmählich in den roten Bereich wanderte. Ich musste unbedingt tanken, bevor wir uns später auf den Heimweg machten. Die Ausstellung war vorüber. Die Überraschung war gelungen. Meine Bekannte hatte sich sehr gefreut. Schon waren wir auf dem Weg nach Hause. An einer Tankstelle hielten wir an. Als ich den Tankdeckel aufschließen wollte, stellte ich mit Schrecken fest, dass ich hierfür keinen Schlüssel bei mir hatte. Ich kann Ihnen den Deckel aufbrechen, informierte mich der Tankwart. Aber der Deckel ist dann hinüber. Haben Sie keinen Ersatzschlüssel, wollte ich wissen. Selbst wenn wir welche hätten, wäre es sehr aufwendig, den richtigen herauszufinden, sagte er mir. Schmerzlich ging es mir durch den Sinn, wie oft mein Mann mich daran erinnert hatte, etwas sorgfältiger mit Schlüsseln umzugehen. Der Tankschlüssel war nur deshalb nicht verhanden, weil ich den eigentlichen Schlüssel, der mit dem Tankdeckelschlüssel zusammen am Schlüsselbund war, mal wieder verlegt hatte. Nein, ich wollte den Tankdeckel auf keinen Fall aufbrechen lassen. Vielleicht gab es doch noch eine andere Möglichkeit an einer Tankstelle auf der Autobahn. Wir fuhren also weiter. Aber so sehr ich auch darauf achtete, ich konnte keine Tankstelle entdecken. Die Tankanzeige rückte immer mehr auf Null. So hoffte ich, wenigstens noch die nächstgelegene Stadt zu erreichen. Es war aber inzwischen spät geworden, die Tankstellen hatten geschlossen. Wie sollte es nun weitergehen? Bis nach Hause waren es noch mindestens 70 Kilometer. Und ein großer Teil der Fahrt ging durch einsame Gegend und dunklen Wald. Wenn ich dort stehen bleiben würde, ich fühlte mich so hilflos. Herr, betete ich, eigentlich ist es unverschämt, dich um Hilfe zu bitten für Dinge, die ich selbst verschuldet habe. Aber ich bin wirklich in einer schlimmen Lage. Bitte lass mich irgendwie Hilfe erfahren und nach Hause kommen. Zwei der Kleinen waren inzwischen eingeschlafen. Während ich überlegte, wie es nun weitergehen sollte, merkte ich, dass die Nadel sich während der letzten 50 Kilometer kaum verändert hatte. So beschloss ich, was blieb mir auch anderes übrig, einfach weiterzufahren. In meinem Herzen hatte ich irgendwie die Gewissheit, dass Gott für uns sorgen würde. Ich dachte an die Witwe in Zarpath, der Gott auch durch die Zeit der Hungersnot geholfen hatte. Er wusste sicher auch für mich einen Weg. Dunkel senkte sich die Nacht herab. Fast keine Autos kamen mir entgegen. Schließlich erreichte ich unser Zuhause. Mein Mann kam mir entgegen und half mir, die Kinder ins Haus und ins Bett zu bringen. Wir lassen den VW-Bus über Nacht im Hof stehen, erklärte er, sonst stören sich die Nachbarn vielleicht am Lärm, wenn wir nochmals starten, um in die Garage zu fahren. Ich berichtete meinem Mann von meinem Missgeschick mit dem vergessenen Schlüssel. Und du bist ohne zu tanken wieder nach Hause gekommen? Das ist ja selbst bei sparsamster Fahrweise unmöglich. Das Benzin, das noch im Tank war, konnte kaum etwas mehr als für die Hinfahrt gereicht haben, rechnete er aus. Ich versicherte ihm, nicht getankt zu haben. Daraufhin ging er nochmals in den Hof, schaltete die Zündung ein und sah, dass die Nadel ganz im Aus stand. Am nächsten Morgen war der erste Weg meines Mannes, der zum Auto, um tanken zu fahren. Aber das Auto war nicht zu starten. Es tat sich absolut nichts. Sogar als der Ersatzkanister mit 5 Litern Benzin eingegossen war, dauerte es einige Minuten, bis das Benzin durchgelaufen war und der Motor wirklich startete. Der Tank war wirklich völlig leer gewesen. Gott hatte in seiner Liebe das Auto nach Hause gebracht, auch wenn das nach menschlicher Vorstellung nicht möglich war. Ob er dabei das Benzin vermehrte oder aber die Maschine nur so wenig verbrauchen ließ, wie nie zuvor und nie wieder danach, ist für mich nicht so wichtig. Die Hauptsache besteht für mich in der neuen Erfahrung, dass Jesus Christus derselbe ist, damals bei der Witwe und heute bei uns. Musik Amen. Gott weiß, wo der Kuchen ist. Ich hatte mich schon immer gefragt, was Jesus wohl meint, wenn er sagt, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Da schenkte er mir eines Tages eine ganz praktische Lektion darin. Du denkst doch noch daran, informierte mich mein Mann, heute kommen unsere Freunde mit ihren fünf Kindern zu Besuch, sie werden schon zu Mittagessen da sein. Das habe ich ja völlig vergessen, erwiderte ich voller Schreck. Wie sollte ich alles bewältigen? Es war schon gleich elf Uhr, kein Kuchen gebacken, kein Essen vorbereitet, nichts eingekauft. Dazu musste ein Kind von der Schule abgeholt werden und ein anderes vom Kindergarten. Herr, hilf! So schickte ich ein Stoßgebet zum Himmel. Da fiel mir der gestrige Tag ein. Wunderbar, kam es mir zum Bewusstsein, Problem Nummer eins ist schon erledigt. Am Abend zuvor hatte ich meine Tochter zu Bekannten gebracht. Unsere kleinen Kinder waren mitgefahren, wir hatten auf dem nahegelegenen Spielplatz noch ein wenig Zeit miteinander verbracht. Erst kurze Zeit waren wir dort, als die Tochter unserer Bekannten uns nacheilte. Kommt bitte nochmals kurz vorbei, bevor ihr euch wieder auf den Heimweg macht, richtete sie uns aus. Ihre Mutter hatte uns inzwischen jede Menge bestes Fleisch fix und fertig zubereitet, gerichtet. Sie waren auf einer Hochzeit gewesen und hatten dies anschließend mitbekommen. Aber das ist ja viel zu viel für uns, hatte ich abgewehrt. Ihr werdet es schon brauchen können, hatte sie gemeint und es trotzdem eingepackt. Das Fleisch hatte ich also schon. Es fehlte nur noch der Kuchen. Aber inzwischen war es Zeit, unsere Kinder abzuholen. Ich wollte dies gleich mit dem Einkauf verbinden. Die Kinder hatte ich schon eingesammelt und suchte nur noch, was fehlte, im Lebensmittelgeschäft zusammen. An der Kasse saß die Ladeninhaberin. Gut, dass du gerade da bist, Ruth, sprach sie mich an. Ich habe heute Morgen schon an dich gedacht. Warte gerade einen Moment, denn ich habe etwas für dich. Und was brachte sie? Vor meinen immer größer werdenden Augen breitete sie jede Menge Kuchen aus. Da gab es Streuselkuchen und Käsekuchen. Sogar ein Kiwi-Kuchen war dabei. Leider ist das Datum schon abgelaufen und ich kann ihn nicht mehr verkaufen. Doch er ist doch einwandfrei. Ich denke, du kannst schon etwas damit anfangen, fügte sie hinzu. Und ob ich konnte. Fröhlich erzählte ich ihr, dass Gott mir den Kuchen gerade im rechten Moment schickte. Wie treu ist unser Vater im Himmel, dass er trotz meiner Vergesslichkeit uns den Tisch so reich deckte.